Peng Peng Bro Tato Gang Was geht ab? Schöne Grüße aus Dubai Ich fahre jetzt in die City Und guck mal was es da alles so gibt Also, schöne Grüße nach Deutschland und viel Spaß mit dem Video Wir sind jetzt am Strand Leute, wie ihr seht Das Meer ist im Hintergrund, der Ball ist am Start Und wir haben drei atemberaubende geile Challenges für euch hier vorbereitet Die sich alle um den Fußball drehen Lasst ein Like da Challenge Nummer 1 Leute Von hier aus diesen Ball In diesem Schwimmring befördern Let go! Ich darf anfangen, weil ich So krass bin, Alter Oh, wird Humle es schaffen Humle! Wie richtig machen wir denn? Bis einer trifft Der denkt so, ey, da treffe ich einfach, da ist die Scheiße hier vorbei Okay, große Worte für einen kleinen Humle Oh, da schießt er das Ding direkt kaputt Hallo, ey, du bist doch jetzt auch ein Loco Club Oder hat er dich aufgenommen? Ich bin Ehrenmember, ich muss noch zwei Prüfungen ablegen Seine Schussstärke ist momentan eher so bei 150 Aber die muss schon noch auf 350 steigen Oh mein Gott! Instant Replay, was er gerade gesagt hat Seine Schussstärke ist momentan eher so bei 150 Aber die muss schon noch auf 350 steigen Ein relativ neues Gesicht auf dem Kanal Ivan Rakitic, sein Sohn Wird er es jetzt beenden Was können wir von ihm erwarten? Scheinbar nichts Das stimmt natürlich Zweiter Durchgang, Leute Easy Oh Soll ich die Roadkicker-Ära? Jetzt haben wir mit einem Schuss Gehe ich schon lange verloren, Digga Über die Roadkicker-Ehre brauchen wir nicht mehr reden, Leute Ich bleib jetzt einfach hier stehen, der trifft mich eh nicht Zehn Euro, wenn du die Kamera triffst Challenge accepted Oh Ey, warte mal, der sah von hier aus so aus, als wär der durch Nein Achso Digga Für Barcelona Bye, have a great time Genug mit den Spielchen hier, Leute, es wird jetzt beendet Das sagt ungefähr so jeder vor seinem Schuss Oh, pass auf der Football Power Sol B Nope Oh, Alter Knapper geht's nicht Der ist für Lars, der leider nicht hier sein kann Oh Mann, Lukas, ich bin echt enttäuscht von dir, ey Der ist jetzt wirklich für Lars Habibi Brody Boah, Junge Schade Spaß Wenn du jetzt triffst für Lars, dann macht ihr Brotato's Kanal weiter Top Die Werte gilt Zum Glück Zum Glück Zum Glück hat er dich getroffen Ja Ivan Vielleicht erinnert ihr euch noch an unser Trickshot Video Man muss vorher immer einmal dabben Und dann trifft man, Leute Jetzt No Fake No Cut Easy Oh Oh mein Gott Da hat er's echt gemacht, Leute Der Loco Club Yes Und Oh Hm Leute Die epische Musik war also umsonst Okay, zweite Challenge Wir haben einen tollen Strand-Tennisball Der wird hochgekickt Und mit dem Casher muss man ihn fangen Und Wer von fünf Bällen die meisten gefangen hat hat gewonnen Also Hazel kickt den Ball hoch Lorcan muss ihn fangen Oh 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 Nummer eins Nummer drei Oh Den hat er Zwei von drei Oh 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 mein Gott, Leute Er hat ihn einfach Drei von vier Oh Oh Das ist ein easy Ball Oh nein Was Da muss jemand zum Augenoptiker Den Headding Den Fan Drei von fünf Ja Eine gute Quote Als nächstes Hazel Muss drei von fünf schlagen Oh 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 Der war so easy Weg 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 Was Der ist wieder raus Ärgerlich Der ist rausgesprochen Ärgerlich Der ist rausgesprochen Ärgerlich Starke Einsatz Aber leider null von zwei Weiter geht's Oh 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 Jawohl Da ist er drin Da ist er drin Ein von drei Oh 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 mein Gott Digga Der ist verrückt Der Typ Der hat ihn Zwei von vier Zwei von vier Entschuldigung, Loco Jetzt für den Ausgleich mit Loco musst du den catchen Dann habe ich den Loco klappt Ja Alles oder nichts Ein einfacher Ball Oh mein Gott Oh mein Gott, Leute Der war für den Loco klappt Und für den Ausgleich mit Lorcan Ich glaube er will gar nicht in den Loco klappt Kommt lieber in den AKZ klappt Elias Turn Äh ich mein Ivan Sorry Oh Oh Direkt den ersten drin Hast ihn ja rausgebracht Kein Problem für ihn Leute Professioneller Poolboy Oh Wieder ein einfaches Ding Oh Ganz ärgerlich Oh 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 Ah Ah Mies, mies, mies Mies, mies Es passiert selbst dem Besten Arigato Oh mein Gott Ich Bruh Bruh Für den Ausgleich Für den Ausgleich Bruh 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 Ich bin der Letzte Vier Und ich habe das Ding gerockt Und das Letzte Oh Oh Easy peasy Ey Leute es fängt an zu regnen Und wir müssen uns bei Wow Ja ich fisch den direkt aus der Luft Wartigal Richtiger Fischer Manfred Friends Oh 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 Ingefallen aber Die Länge Hat ausgereicht Leute Hahaha Der hier ist schon für den Sieg Läufer Ich kann es schon vorher bänden Easy Komm jetzt Fünf vor fünf will ich mir holen Der hat das auf jeden Fall vorher trainiert Ich 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 Challenge Nummer drei Leute Die alles entscheidende Challenge Hochhalten Mit den Schwimmflossen Wer am meisten hoch hält Hat gewonnen Ganz einfach oder? Ok Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Und sie ist komplett umgeklickt Die linke Flosse ist schon halb durchgebrochen Aber so ist das Spiel So ist das Leben Loco Nummer zwei Eins Zwei Zwei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Elf 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 Ja Ok Das kann keiner mitsehen Weil du so auf den Oberschenkel gemacht hast Digga 20.5 ist 14 Sagen wir mal 14 Glauben wir ihm mal 10 noch 10 noch Humley Als dritter Ah, ah! Digga, was macht der Junge? Somit auf Platz 1 momentan der Anführer des Loco-Clubs, der gerade Weiber checkt. 14 muss ich schlagen, Leute. In diesen Dingern, Mann. Let's go. 14 musst du schlagen oder 3? Der hat, glaube ich, 30. Lukas, du kommst nie in den Loco-Club. Nein, ich will auch nicht in den Loco-Club. Das ist... Hey, yo, Lukas, was machst du hier? Was? Nix. Ich hab mehr Allergie. Mehr Allergie? Okay. So, hey, Lukas, so nicht schlimm, dass du heute nicht gewonnen hast. Gibt doch noch genug andere Challenges. Was? Als ob das Video jetzt zähn ist. Du hast du die Tür und auch auf auf. Die Tür.